Im Jahr 1956 werden der 18-jährige Dion Bogle aus Montana und seine 16-jährige Freundin Patricia Kalitzke erschossen. Ihr Fall bleibt ungelöst, doch er wird über Jahrzehnte hinweg immer wieder aufgenommen. Im Jahr 2001 gelingt es, die DNA eines Abstriches zu identifizieren, der damals bei Patricia genommen wurde. Es dauert allerdings noch bis zum Jahr 2018, bis die DNA in eine öffentliche genetische Datenbank eingegeben wird. Dadurch ergibt sich der Hinweis auf eine bestimmte Familie, mit der der Täter in Verbindung stehen muss. Die Familie zeigt sich kooperativ und nachdem die DNA von zwei Personen getestet wird, steht fest, dass ihr im Jahr 2007 verstorbener Vater Kenneth Gould der Täter im Fall von Dion und Patricia gewesen ist. Er hatte damals einen Pferdehof, nur etwa eine Meile von Patricias Haus entfernt. Der Fall gilt als der älteste Cold Case der USA, der mittels DNA gelöst worden ist. Für mehr und vor allem auch längere Fälle schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur wenn es dunkel wird. Bis gleich!